6 im Augenblick. So, jetzt anschnallen. 140 müsste er springen, um die Führung zu übernehmen. Das ist ihm zuzutrauen. Das hat er vorhin geschafft. 53 Weltcup-Siege. Keiner hat mehr. Jao Magnus Rieber, der Superstar der Szene seit Jahren. Oh, der geht weit. Oh, das ist ein viertes Goal. Und er steht ihnen. Wahnsinnssprung. Was hat der für Nerven? Irre. Jao Magnus Rieber, das ist ein viertes Goal. Unglaublicher Sprung. Was für ein Schanzenrekord. 147 m. Meine Damen und Herren, wir befinden uns nicht auf der Skiflugschanze. Unglaublich. Er kommt so ansatzlos raus. Er macht wirklich den Absprung momentan in die Verbindung rein. Mit Abstand am besten. Keine Korrekturen. Also unglaublich. Die Sprungperformance von ihm aktuell. Da ist ihm auch egal, dass es hier nur Wertungen um die 16,5 gibt. In Sachen Haltungsnoten. Wegen der natürlich alles andere als Telemark-like Landung. Aber da unten, das ist fast unmöglich. Er springt ja wirklich aufs Gerade. Er springt ja wirklich aufs Gerade. Man muss mal froh sein, dass er ihn so stabil gestanden hat. Da kommt die Kurve dann schon wieder hoch. Auch Herrn Schmid sehen wir den jungen Nationaltrainer der Norweger 36.